Demo verlief friedlich. Rund 400 Demonstranten haben am Samstag in Dessau-Rossland einer Demonstration teilgenommen, die unter dem Motto stand, den rassistischen Konsens brechend Dessauer Verhältnisse angreifen. Uriallo, das war Mord. Nach Angaben der Polizei verlief die Demo friedlich. Nach vereinzelten Demo-Störaktivitäten sprachen die Beamten vier Platzverweise aus. Die Demonstranten wollten mit ihrer Aktion auf die angeblich nicht mehr vorhandene Kritik von Dessauern auf faschistische und rassistische Übergriffe hinweisen.